Hit-Radio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Hallo? Palim, Palim, der Boris hier von Lacher Rando. Hallo, Martina Mann hier. Du hast bei uns ein paar Witze bestellt. Genau. Und die liefert heute mal kein geringerer als Deutschlands Witzepapst Nummer 1, Markus Krebs. Die Begeisterung ist in Grenzen, merkst du? Der sitzt jetzt nämlich genau neben mir. Hallo Martina. Hallo. Ich erzähle dir mal einen schönen Witz, pass auf. Ein Schiff fährt an einer einsamen Insel vorbei, wo keiner lebt. Aber trotzdem, plötzlich taucht da ein Mensch auf in Lumpen und zerrissenen Klamotten und ist am Winken, am Winken. Der Matrose kommt zum Kapitän und fragt, was ist der mit dem? Sagt der Kapitän, weiß ich nicht, aber der freut sich immer, wenn wir hier vorbeifahren. Der ist klasse, ne? Ja. Ich bin früher immer auf die Bühne gegangen und hatte als erstes, da geht ein Mann in eine Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Und da sagt der Apotheker so, das kann ich ihm nicht geben, das ist nicht frei verkäuflich. Da macht der Puck mal näher auf und licht ein Bild seiner Frau dahin. Ach, sie haben ein Rezept. Ja, der war auch nicht schlecht. Mich hättet er auch einen. Ja. Und zwar, wie bringt man einen Walras zum Selbstmord? Na, Ritt. Und zwar, man zeigt es auf seine Brust und sagt, schau mal, du hast da was. Das ist gut, das ist sehr gut. Wegen den langen Zähnen. Ja, ja, nee, den brauchst du nicht erklären, glaube ich dann, ich verstehe. Sehr, sehr gut. Vielleicht benutze ich dem sogar mal im Programm und sag, von wem ich den habe. Okay. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando. Nur bei Hitradio FFH.